Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Februar 2021, Lockdown und bei uns hat es so viel geregnet, dass es keinen Sinn macht die Trails zu fahren. Und wie ich mit meinem Hardtail trainiere, möchte ich euch ersparen. So habe ich nach Feierabend mir die Drohne geschnappt und bin ein zweites mal geflogen. Das kleine Spielzeug macht richtig Laune und bei diesen tollen Aufnahmen weiß ich, warum ich eine Drohne gekauft habe. Freue mich schon drauf sie mit zum Biken zu nehmen. Hier ein paar Aufnahmen aus meiner Gegend. Achja, liken, kommentieren und abonnieren erlaubt. Viel Spaß beim Anschauen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020